Der beste Zug hier, ich hätte ihn nicht gespielt, da bin ich sehr, sehr sicher. Der beste Zug ist Springer schlägt F7. Wow, dass das funktioniert, ist verrückt. Wir kommen jetzt zur dritten Runde. Meine Partie aus der dritten Runde gegen Daniel Vocaturo, den italienischen Großmeister, die italienische Nummer 1. Dritte Runde, wir hatten beide die ersten beiden Partien gewonnen. Gegen Vocaturo habe ich bisher erst einmal gespielt, vor drei Jahren in Italien beim Metropa Cup. Damals konnte er mir zweimal entwischen, zweimal aus gewonnener Stellung. Und ein stark italienischer Großmeister, Elozal 2,6,30. Auf geht's, E4, E5, ich hatte zum zweiten Mal Weiß, nacheinander. Springer F3, Springer C6. Und hier hatte ich mir etwas überlegt in der italienischen Partie. C3, Springer F6 und jetzt D4, soweit nichts überraschendes. Und hier gibt es E5, das ist ein recht modischer Zug, C schlägt D4. Aber es gibt auch den Zug B4, der relativ gefährlich ist für Schwarz, vor allem wenn Schwarz ihn nicht kennt. Und Daniel Dubov hat dort eine sehr überzeugende, sehr schöne Partie gewonnen gegen Sergej Kajakin letztes Jahr im Dezember. Ich habe mir die Variante vor dem Turnier angeschaut und dachte, das ist eine gute Überraschungswaffe und kann man für eine Partie auf jeden Fall mal spielen. Ja, TBG hatte dort auch eine besondere Bezeichnung für, die ich jetzt natürlich nicht wiederholen werde. Aber für einmal geht das auf jeden Fall hier. Läufer E7 ist ein sehr sicherer Zug. Da war ich ein bisschen enttäuscht, ich hatte gehofft, es würde hier ein wenig verrückt werden. Läufer B6, E5, D5. Hier wird es sehr schnell sehr verrückt in vollkommen ungewöhnlicher Stellung. Und darauf hatte ich gehofft, weil das ist nicht leicht zu navigieren, besonders wenn ich alle Züge kenne und das mir angeschaut habe vor der Partie und mein Gegner nicht. Nach Läufer E7 ist es deutlich ruhiger. E5 und jetzt Springer G4 und C schlägt D4. Und jetzt spielte mein Gegner D5, was eine Ungenauigkeit ist. Er sollte erstmal den Bauern hier mit Schach schlagen, was, ja, sind wir ehrlich, auch das Natürlichste der Welt ist. Meine Vorbereitung ging hier weiter mit König F1 und man kann das spielen, aber es ist jetzt auch kein Vorteil für weiß. Die Idee von B4 ist es zum einen, den Läufer zurückzudrängen, aber auch häufig B5 als Möglichkeit zu haben, um den Springer zu vertreiben. Mein Gegner spielte D5 und ich dachte, ja gut, wenn mein Gegner es zulässt, dass ich den Bauern behalte, dann tue ich das auch. Und ich spielte En Passant. Tatsächlich wäre es aber auch interessant gewesen, einfach Läufer B5 zu spielen und hier den Bauern zu opfern, denn mit dieser Struktur habe ich doch eine recht schöne Kompensation. Und anders als in der anderen Seite muss ich jetzt nicht König F1 spielen und behalte hier ein schönes Zentrum. Und ich glaube, aus praktischer Sicht wäre das unangenehmer für Schwarz. So. Ich habe geschlagen, En Passant, C schlägt D6 und jetzt erst einmal A3 gespielt. Ich wollte nicht vorziehen, weil das gibt meinem Gegner das Feld A5 und A3 schien mir hier sehr sicher. Kurz auch gerade, Kurz auch gerade, Läufer F5. Der Computer sagt jetzt, Läufer A2 ist der beste Zug. Also das kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Ergibt insofern Sinn, weil wenn ich direkt Springer C3 spiele, dann ist Turm C8 ein bisschen lästig. Hier sind sehr viele Figuren auf der C-Linie und solche Dinge wie Springer B4 sind in der Stellung. Das wollte ich nicht unbedingt. Läufer A2 scheint da wohl eine Lösung zu sein. Falls jetzt Turm C8, dann Läufer B2. Ja, also der Computer gibt hier ein bisschen Vorteil, aber es fühlt sich alles ein bisschen seltsam an. So, ich habe Läufer B2 direkt gespielt, D5. Das muss Schwarz mehr oder weniger früher oder später machen, weil sonst kann ich selber auch D5 spielen. Also das ergibt sehr viel Sinn. Läufer zurück nach A2. Warum habe ich den Läufer nach A2 gestellt und nicht nach B3? Ich bin gerade selber ein wenig am Grübeln. Ja, ach ja, jetzt fällt es mir ein. Ich hatte eine sehr konkrete Idee, nämlich nach Springer F6, Springer C3, Läufer G4 wollte ich gerne H3 spielen können, ohne dass mein Gegner hier den Läufer angreift in dieser Variante. Wenn wir jetzt dasselbe machen in dieser Stellung, Springer F6 kam auf Springer C3, wenn ich jetzt Läufer G4, dann kann ich H3 spielen und nach dem Tausch, Springer schlägt D4, Dame D3, ist der Läufer nicht angegriffen und ich habe hier gewinnen den Bauern zurück, habe das Läuferpaar in offener Stellung und stehe gut. Gut, das war der Grund, warum ich Läufer A2 gespielt habe. So, Läufer A2, Springer F6, Springer C3, Läufer D6, ein guter Zug, Turm E1 erstmal und ich war hier recht zufrieden mit meiner Stellung. Ich dachte, ich stehe besser, der Computer zeigt es uns an, rechts seht ihr es, neben dem Brett ist komplett ausgeglichen. Also ich war hier sehr optimistisch, weil ich dachte, meine Figuren kommen nach vorne, es sieht gut aus, ich habe Druck und so weiter und so fort, aber tatsächlich steht Schwarz sehr, sehr fest und ich komme nicht so richtig durch. Turm C8, Turm C1, Läufer nach E6 zurück. Jetzt habe ich Springer A4 gespielt, war nicht der beste Zug, auch nicht der schlechteste Zug. Der Computer sagt vielleicht G3, aber ja, so oder so ist die Stellung ausgeglichen. Turm schlägt C1, Dame schlägt C1 und Dame E8, da muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Zug hatte ich komplett übersehen. Ich dachte, ich könnte jetzt hier den Springer nach C5 bringen und so weiter und so fort, aber Dame E8 greift den Bauern an auf B5 und zwingt mich, dass ich wieder zurückziehe nach C3. Kann man nichts machen. Dame D8, ich wiederhole einmal die Züge, ihr kennt das ja schon von mir. Auch hier, um dem 40. Zug näher zu kommen, denn wir hatten beide nicht mehr so viel Zeit und wir sind gerade mal im 23. Zug, aber ich wollte weiterspielen. Ich dachte ja auch, ich stehe besser, dabei stehe ich nicht besser. Dame D1, Dame B6 und Dame E2, das sah für mich sehr logisch aus. Ich decke den Bauern und bereite damit Springer A4 vor und den Bauern auf D4 kann Schwarz nicht schlagen, wegen Springer schlägt D5. Doppelangriff gegen Dame und Springer oder ja. Das geht einfach nicht. Gut für Schwarz. Turm C8, Springer nach A4 wieder, Dame C7. Und jetzt habe ich Läufer B3 gespielt. Ja, Läufer B3 war kein so guter Zug. Ich wollte Dame C2 vermeiden, aber ich glaube, ich war einfach immer noch zu sehr hier. Wer ist das Ding? Da ist das Ding. Michael, vielen Dank für deine Mitgliedschaft, für deine Unterstützung. Danke dir. Michael, war schon zwei Mitglieder heute. Grüße gehen raus. Ja, Dame C2 wollte ich nicht zulassen. Aber so schlimm ist das eigentlich auch nicht. Ich dachte wohl, ich habe hier sehr viel Zeit. Läufer B3, aber Springer G6, auch Springer F5 scheinbar ein guter Zug. Schwarz steht sogar schon ein bisschen besser. Springer G6. Und das habe ich auch ein wenig spät realisiert, dass Schwarz diese Idee hat mit Dame E7 und auf den Bauern geht auf A3. Und außerdem auch hier Ideen hat, G3 ist ein guter Zug, Dame E7. Und jetzt sollte ich wohl Springer C5 spielen und hier einen Bauern abgeben. Aber ich habe die sehr schönen Läufer, ich habe sehr schönes Spiel auf den schwarzen Feldern und sollte nicht schlechter stehen in dieser Stellung. Der Computer sagt, es ist ausgeglichen. Gut, ich dachte, ich mache Springer B6. Auch hier habe ich den Zug meines Gegners komplett übersehen. Ich dachte, er macht Turm C7 und ich habe zumindest eine Zugwiederholung mit Springer A8. Ich weiß auch nicht, was ich hier gedacht habe. Ich dachte, Turm D8, aber dann könnte ich auch irgendwas machen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was. Aber irgendwie, ja, Turm E8 ist sehr logisch. Turm E8, klar, hier nochmal unterstützen, Druck ausüben. Und hier habe ich es mit der Angst zu tun bekommen, weil, bam, da ist das Ding. Da ist das Ding, Christoph, danke dir. Du jetzt auch, danke dir für die Mitgliedschaft. Vielen Dank. Ja, was soll ich machen mit dem Bauern? A4 kann nicht sein. Also, auch mein Springer ist, ja, Läufer B4 und wenn der Turm zieht, Dame D8. Also, das geht gar nicht. Der Springer auf B6 geht einfach verloren. Ja, Dame F3 ist der beste Zug und zum Glück habe ich den auch gespielt. Sonst hätte es hier wirklich sehr brenzlig werden können. Und hier mein Gegner überlegt und überlegt und er schlägt nicht auf A3. Und ich war sehr überrascht. Er spielt Läufer G4, was ein klarer Fehler ist. Der beste Zug ist Turm D8. Das ist schwer, 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 Turm D8. Ja, und danach steht Schwarz wurde ein bisschen besser, aber es hält sich alles noch in Grenzen. Läufer schlägt A3 wäre aus praktischer Sicht ganz klar am besten gewesen. Also, der beste Zug hier, ich hätte ihn nicht gespielt, da bin ich sehr, sehr sicher. Der beste Zug ist Springer schlägt F7. Boah, dass das funktioniert, ist verrückt. Also, der Läufer kann offensichtlicherweise nicht schlagen, weil die Dame hängt. Die Dame kann auch nicht gut schlagen, weil der Läufer hängt. Damit bleiben zwei Züge, wenn Schwarz den Läufer schlägt oder wenn Schwarz den Springer schlägt. Wenn Schwarz den Springer schlägt, kann ich auf D5 schlagen. Und hier ist dieser Springer gefesselt, dieser Läufer gefesselt und die Dame hängt. Das ist ein Problem für Schwarz. Da haben wir D7, Springer schlägt F6, G schlägt F6, Turm schlägt E6 und am Ende nehme ich auf A3. Der Turm bleibt gefesselt, schon ein Bauern mehr und gewonnene Stelle. Aber was passiert, dann Läufer schlägt B2, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Läufer schlägt B2, nach Springer schlägt F7. Jetzt kommt ganz cool Springer G5, greift den Läufer an und hier gibt es extrem viel Feuerkraft durch diesen Diagonalen. Also wenn jetzt Schwarz ein Zug spielt wie Dame D6, kommt Springer schlägt D5 und Schwarz kann einpacken. Das ist verrückt. Irgendwie passt das jetzt alles perfekt zusammen von Weiß. Schwarz muss Dame B4 spielen, was auch Sinn ergibt, weil Schwarz den Turm angreift auf E1. Und jetzt wäre die Variante Turm schlägt E6, Turm schlägt E6, Springer schlägt D5. Dame E1, Schach, König G2, also ganz, ganz verrückter, ganz verrückt hier. König H8 und jetzt Dame F5. Und es endet irgendwie in einem Remis. Dame F5, Springer F8, deckt den Turm, Springer F7, König G8 und Springer H6 Schach zum Beispiel wäre jetzt Dauerschach. G steht H6, Springer steht F6, keine gute Idee für Schwarz. König H8, Dame G4, ja verrückt, absolut verrückte Varianten. Also das ist, für einen Menschen zumindest mit wenig Bedenkzeit hätte ich das nicht gesehen. Also mein Plan war irgendwie auf A3 zu schlagen und auf D5 zu schlagen. Also mein Plan, ja ich hatte Angst vor Läufer schlägt A3, weil meine ursprüngliche Idee war eigentlich irgendwie auf A3 zu schlagen und dann auf D5 zu schlagen. Was ich allerdings, nee, mit dem Läufer zu schlagen, was ich allerdings zu spät erkannt habe, ist, dass Schwarz immer den Zug da am B4 und das ist extrem lästig, weil Schwarz ein Tempo gewinnt und den Turm auf E1 angreift. Hier gewinnt Schwarz einfach. Also ich muss es schlau machen. Ich muss eigentlich zuerst auf G6 schlagen, glaube ich. Jetzt auf D5 schlagen und dann auf A3 schlagen und jetzt auf D5. Und jetzt sollte es okay sein. Jetzt sollte es okay sein. Dame B4, Turm C1. Ich habe scheinbar genügend Spiel hier. Aber eine Variante, die finde ich extrem cool, möchte ich euch noch zeigen. Und zwar fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, warum in dieser Reihenfolge? Das ist doch irgendwie komisch. Und dafür habe ich eine Antwort. Moment. Genau, wenn ich nämlich zuerst auf A3 schlage, jetzt Dame schlägt A3, Springer schlägt D5, könnte man ja auch sagen. Warum denn nicht so? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Jetzt kann Schwarz König H7 spielen. Das ist ein sehr genialer Zug. Das ist ein sehr genialer Zug. Warum spielt Schwarz König H7? Wenn Schwarz Läufer schlägt D5 spielt, dann würde ich die Türme tauschen. Und passiert mit Schach. Deshalb zieht der König hier raus. Und der Punkt ist, wenn ich jetzt auf F6 schlage, G schläge auf F6, und jetzt versuche, mich zu entfesseln mit Läufer D5. Sieht ja sehr sinnvoll aus. Dann schlägt Schwarz den Läufer. Und nach Dame schlägt A3, werde ich matt gesetzt. Es ist verhext hier für Weiß. Deshalb gewinnt hier Schwarz in dieser Variante. Und Weiß müsste hier einen Zug spielen mit Turm E3. Ich könnte mir vorstellen, Turm E3 ist der einzige Zug, weil was will man machen? Dass Läufer D5 droht. So oder so. Also selbst, ja, Läufer D5 droht. Und Turm E3 scheint der einzige Zug zu sein. Okay, so. Genug von diesen wunderschönen Varianten. Es kommt jetzt nämlich noch verrückter, könnte man sagen. Mein Gegner spielt ja nicht Läufer schlägt A3. Mein Gegner spielt ja Läufer G4. Und ich hatte nicht viel Zeit hier. Und habe kurz reingeschaut und dachte, das ist doch ein Fehler. Ich spiele Springer schlägt D5. Und man muss hier wirklich sagen, das muss ich euch ehrlich mitteilen, ich habe Glück gehabt. Weil ich habe erst nach meinem Zug seinen Zug gesehen, also dass er diese Möglichkeit hat. Ich habe eben nur gerechnet, gut, Schwarz schlägt meine Dame, ich schlage seine Dame mit Schach. Er schlägt wieder, ich schlage wieder, decke meinen Turm, habe einen Bauern gewonnen. Sieht gut aus. So. Aber, gut, und das andere ist natürlich, wenn Schwarz auf D5 schlägt. Aber hier, ich schlage auf G4 oder auf D5, wie auch immer. Also auf jeden Fall ist es gut für mich. Auf jeden Fall ist es gut. Das war nicht die Intention von meinem Gegner. Sondern Springer schlägt E5. Mein Gegner opfert die Dame. Er opfert die Dame. Hier, ich schlage mit Schach. Aber jetzt ist meine Dame zweimal bedroht. Und wenn ich die Dame irgendwo wegziehe, dann kommt Springer F3 Schach und Schwarz gewinnt auch noch den Turm. Das wäre zu viel. Das geht nicht. Deshalb muss ich den Springer schlagen auf E5. Läufe schlägt F3. Und das hatte mein Gegner berechnet. Aber hier habe ich einfach Glück, dass ich diesen Zug habe. Turm E3. Aktuell ist dieser Bauer gefesselt. Deshalb kann ich keine beiden Figuren schlagen. Aber ich spiele Turm E3, decke den Turm. Und jetzt hängen tatsächlich alle drei schwarzen Leichtfiguren. Ich gewinne auf jeden Fall die Figur zurück und stehe auf jeden Fall nicht schlechter. Also das war einfach hier Glück, dass ich diesen Zug habe. Weil sonst würde ich schlechter stehen in der Stellung. Und jetzt muss Schwarz aufpassen. Wir hatten hier wirklich beide nicht mehr viel Zeit. Läufe schlägt D5 ist der beste Zug. Turm schlägt D5. Wir gehen in dieses Endspiel mit dem Läuferpaar. Das ist mein Trumpf hier. Und das Läuferpaar wirkt besonders gut in einer offenen Stellung. Und das ist hier natürlich eine offene Stellung, wo das komplette Zentrum schon weg ist. Läufer D5. Jetzt Läufer D1. Ich glaube, Läufer D1 vergibt einen Großteil des Vorteils. Läufer C2 wäre besser gewesen. Es sind hier wiederum ein wenig Feinheiten. Ich locke erstmal die Läufer nach E4 und Läufer D1. Ich will auf keinen Fall die Läufer tauschen. Und deshalb wäre es hier gut gewesen, den Läufer nach E4 zu locken, damit Schwarz nicht den Springer nach E4 stehen kann. Und dieses Endspiel bietet, denke ich, sehr gute Gewinnchancen für Weiß. So, Läufer D1, Springer E4. Und jetzt habe ich seine Idee gesehen. Nämlich Springer D2 hier irgendwie. was probieren. Und ich spiele A4. Um schon mal den Bauern zu decken, falls Springer D2 und Springer C4 oder sowas kommt. Springer D2 und Läufer C3. Und mein Punkt war ganz einfach. Wenn du Springer F3 spielst hier, na gut, dann ziehe ich König G2 zum Beispiel. Und es passiert nichts weiter. Wobei König G2 ist eigentlich Quatsch. Dann kann Schwarz 4, ja gut, Springer D2 machen. König F1 wäre noch besser. König F1 wäre noch besser. Und Schwarz kann den Bauern auf H2 gerne haben. Ich bekomme den Bauern auf A5 wahrscheinlich. und habe dann hier einen potenziellen entfernten Freibau. Der Weltcup, der World Cup, für den ich mich qualifiziert habe, ist erst 2023 leider. Also es dauert noch ein bisschen. So, König. Ja, und das ist der Moment, wo mein Gegner den Verlustzug machte. Schwarz hat die Chance, Läufer B3 zu spielen. Den Zug haben wir beide einfach nicht gesehen. Und wenn ich auf D2 schlage, haben wir ungleichfarbig Läufer. Das ist sofort Rami. Und ich muss jetzt tauschen. Also wenn ich Läufer E2 spiele, kommt Springer C4. Und ja, das werde ich hier auch nicht gewinnen. Jetzt wo immer dieser Bauer angegriffen ist. Das ist eine zu gute Konstruktion hier für Schwarz. Also, könnte ich Läufschläg B3 probieren. Aber das Problem ist hier, dass irgendwann Schwarzspringer C5 macht. Also erstmal vielleicht König ran. Und dann spielt Schwarzspringer C5. Tauscht hier ab. Und ist rechtzeitig da. Und man könnte das noch ein bisschen spielen, aber gewinnen sollte man das nicht mit Weiß. Insofern war das ganz strikt notwendig für meinen Gegner hier. Nach Läufer C3, Läufer B3 zu spielen. Warum läuft die Zeit bei euch immer so schnell runter? Ja, es gibt viel zu berechnen. Schach ist ein recht schwieriges Spiel. Bullkugel C-Dur, mein Lieber. Wir waren hier in der Theorie bis zum 8. Zug, weil ich in der Theorie D5 war, neu für mich. Und ab dann ist selber spielen. Und das braucht nun mal seine Zeit. So, jetzt sind wir im 40. Zug. Sprenger C4, der Fehler von meinem Gegner. Und ihr seht, die Engine-Leiste schießt nach oben. Es ist jetzt gewonnen für Weiß. König F1, F6. Ich bringe den König einfach ran. Jetzt habe ich G4 gespielt. Vielleicht nicht der genaueste Zug. Aber mein Gegner hat es auch nicht ausgenutzt. Ja, vielleicht kann hier Schwarz größeren Widerstand leisten. Es wäre wohl besser gewesen, F4 erstmal zu spielen. Aber so oder so ist die Störung extrem schwierig zu verteidigen mit Schwarz gegen das Läuferpaar. Und Schwarz hat eben diese Schwächen hier. Ja, A5 mit einem Bauern decken. B6, dann ist dieser Bauer schwach. Der Bauer ist auf der Felderfarbe von meinem schwarzfertigen Läufer. Und da hat Schwarz kein Gegenspiel und kann so die Bauern nur mit dem Springer verteidigen. G6, König D3, F5. H3 habe ich erstmal gespielt. Ich könnte auch schlagen auf F5. Aber H3 auch sehr vernünftig. König D6, König D4. Und der Springer hat kaum Felder tatsächlich. Also auch Läufer E2 ist jetzt eine Idee. Und dann den Bauern auf A5 zu gewinnen. Deshalb B6, G schlägt F5, G schlägt F5, Läufer C2. Und jetzt bedrohe ich nicht nur den Bauern auf F5, sondern ich bedrohe auch Läufer D3 mit Springer gewinnen. Also Springer A3, Läufer B2 würde es nur verzögern. Und hier ist nichts mehr zu machen. Springer A3, Läufer schlägt F5, Läufer B3. Das muss Schwarz probieren. Und ich könnte auf H7 schlagen. Auch das sollte gewonnen sein. Die Engine-Leiste geht schon nach unten hier. Ich dachte auch, das wäre gewonnen mit den beiden Bauern. Ist vielleicht auch gewonnen. Aber verkompliziert ist unnötig. Läufer B2 ist sehr präzise. Weil der Springer jetzt ziehen muss. Und wenn der Springer nach C4 zieht, dann ziehe ich den Läufer einfach nach C1. Und jetzt kann Schwarz eben nicht mehr auf A4 schlagen. Der Springer hat auch keine Felder. Und es geht nicht weiter. Also Springer C2, König C3 ist jetzt ein Doppelangriff. Springer E3. Und ja, jetzt habe ich es relativ simpel gemacht mit dem Abtausch. Ich war hier wirklich sehr versucht, Läufer A3 Schach zu spielen. Ich zeige euch das einmal. Und zwar war meine Idee König D5, Läufer schlägt H7, Läufer schlägt A4. Und jetzt König D3. Und mein Punkt war, ich greife den Springer an und ich drohe matt. Also wenn Schwarz den Springer zieht, dann ist es matt. Wunderschön ist matt, wie ich finde. Und das fand ich sehr anziehend, hier die Partie so zu Ende zu bringen. Aber zum Glück habe ich nochmal gecheckt und gecheckt. Und dann ist mir aufgefallen, Schwarz hat diesen Zug. Und das wäre ein sehr böses Erwachen gewesen. Denn Schwarz gewinnt den Läufer, tauscht ab in ein ungleichfarbiges Läuferentspiel. Und das wäre Remy. Das wäre sehr bitter gewesen. Gut, dass ich das nicht gemacht habe. Und stattdessen hier einfach den Läufer schlage auf B3. Und wir gehen jetzt in dieses Endspiel, wo ich einen Bauern mehr habe. Und das Problem ist, dass Schwarz immer auch diese Schwächen hat. König C4, Springer E3, König D3, Springer D5, König E4. Und hier gibt es absolut keine Verteidigung. F5, Springer C7, Läufer D4. Und mein Gegner gab auf, denn wenn er den König zieht, schlage ich auf B6. Und die beiden Bauern wird Schwarz nicht verteidigen können. Also das wird auf jeden Fall, einer der beiden Bauern wird auf jeden Fall zur Dame werden. Und das ist absolut hoffnungslos. Puh, ja. Das war eine actionreiche Partie. Und zum Glück mit dem guten Ende für mich. Also es war wirklich dieser eine Moment, wo sich mein Gegner verrechnet hat. Dann aus einer guten Stellung in dieses unangenehme Endspiel gekommen ist. Und in dem Endspiel dann in Zeitnot nicht die Chance gefunden hat, noch zu halten. Und dann konnte ich das hier zum Sieg verdichten. Und stand damit bei 3 aus 3, was natürlich der bestmögliche Start war in die Europameisterschaft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.